Guten Abend, Professor Drosten. Guten Abend, Herr Kleber. Kann Südafrika uns beruhigen? Ja, in gewisser Weise kann uns das beruhigen. Südafrika ist sicherlich ein Blick in eine Zukunft, in eine endemische Situation, die sich dort jetzt gerade einstellt. Nur sind wir leider noch ein ganzes Stück davon entfernt. Was unterscheidet uns von Südafrika? Da muss man vielleicht auch einbeziehen, was gerade in England und in Dänemark beispielsweise passiert, wo man eben sieht, was dieses Virus macht in einer Winterwelle. Das ist schon mal ein großer Unterschied, was dieses Virus macht in Bevölkerungen, die in erster Linie geimpft sind und nicht schon mehrmals wahrscheinlich durchinfiziert, sondern eben, wo die Impfimmunität jetzt aufgebaut wird. Und da haben wir im Moment so ein bisschen widersprüchliche Informationen. Einerseits sehen wir diesen sehr starken Anstieg der Fälle. Das ist sehr besorgniserregend. Andererseits kriegen wir gerade aus London beispielsweise und auch sonst aus England die Information, dass eben die Fallschwere vielleicht doch nicht so ist, wie bei den Viren, die vorher zirkuliert werden. Fallschwere heißt also die Erkrankung. Richtig, die Schwere der Erkrankung im Moment, gemessen an der Zahl derjenigen, die bei Infektion ins Krankenhaus müssen, diese Zahl scheint geringer zu sein. Nun ist es ja offenbar so, dass dieses Virus in diesem Moment alle die Menschen erreicht, vor allen Dingen, die noch nicht geimpft sind. Und in Deutschland sind unerfreulich viele Menschen, verglichen beispielsweise mit England oder Dänemark, noch nicht geimpft. Ja, das ist leider ein deutsches Spezialproblem. Also wenn wir uns die großen Industrieländer in Europa anschauen, da hat Deutschland tatsächlich die höchste Quote von Personen, die keinen Kontakt mit dem Virus hatten und auch nicht geimpft sind. Und wir wissen nicht, was das für uns dann bedeutet. Also selbst wenn bei Geimpften, wie sich das abzeichnet, die Krankheitsschwere doch erträglich werden sollte, haben wir eben diese große Gruppe in der Bevölkerung, um die man sich da Sorgen machen muss und die sicherlich auch ein bisschen das politische Handeln dann mitbestimmen wird. Nun haben Sie in den letzten Wochen gesagt, dieses Omikron-Virus oder die Variante Omikron, dieses Virus, die könnte sich als ideales Virus herausstellen für den Übergang von einer Pandemie zu einer endemischen Situation. Was heißt das auf Deutsch? Endemische Situation heißt, dieses Virus wird zu einem Erkältungsvirus wie viele andere auch, wie übrigens vier weitere Coronaviren in der Vergangenheit schon. Und es ist natürlich eine gute Situation, wenn man ein Virus hat, das nicht mehr so krank macht, das aber gut übertragbar ist, sodass es im Prinzip alle Immunitätslücken in der Bevölkerung sucht und findet und dort immer noch mal so ein Update der Immunität hervorruft. Und das wird sich dann verlagern zu den Kindern, denn die werden ja immer nachgeboren und sind immunologisch naiv, während die Erwachsenen alle Kontakt mit diesem Virus hatten und häufig dann eben mithilfe der Impfung auch diesen Kontakt haben konnten, ohne dabei schwer krank zu werden. Das heißt also, es könnte eine Situation jetzt kommen im nächsten Jahr, auf die wir so gehofft hatten in diesem Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr um diese Zeit gemeinsam die Erwartung, dass nach dem Beginn der Impfungen die Situation sich normalisieren würde. Und niemand, ich weiß, die Experten waren immer skeptisch, aber niemand in der Bevölkerung oder wir Journalisten, wir haben alle nicht glauben wollen, dass wir ein Jahr später in einer ganz ähnlichen Situation sind. Können Sie den Weg zeigen, der uns jetzt in den nächsten drei, vier Monaten in eine Situation bringt, dass wir unser normales Leben zurückbekommen? Naja, also ich denke, es wird in Europa und auch in Deutschland so sein, dass wir jetzt vielleicht bis Ostern diese Situation jeweils speziell politisch moderieren müssen. Also jedes Land muss schauen, welche Spezialprobleme es hat, wie die Infektionen verlaufen. Hier in Deutschland, haben wir ja gerade schon gesagt, haben wir eben dieses besondere Problem der vielen Ungeimpften. Da muss eine Lösung natürlich her und wir müssen da sicherlich über die Booster-Kampagne auch gegenhalten. Dann wird die Temperatur wärmer werden. Wir kommen ins zweite Quartal, dann wird es auch ein Update der Impfstoffe geben. Und ich denke, dass jeder Erwachsene sich nochmal ein Update verschaffen sollte, also noch eine weitere Impfung. Und dann gehen wir in den Sommer und wieder in den Winter. Und im Winter wird es sich letztendlich wirklich zeigen. Wenn das Virus bis dahin sich nicht sehr stark weiter verändert, werden wir wahrscheinlich einen relativ normalen Winter haben, vielleicht wie in einem normalen schweren Influenza-Winter, wo wir natürlich die Alten und Gefährdeten nochmal boostern müssen, damit die gut über die Zeit kommen. Während vielleicht die normalen, gesunden Erwachsenen gar keine Booster-Impfung mehr brauchen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen und wir dann uns einigermaßen bewegen können. Vielleicht muss man noch Maske tragen in bestimmten größeren Situationen in Innenräumen. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber unsere größte Sorge im Moment muss sein, was passiert mit den Ungeimpften in der Bevölkerung, gerade mit den älteren Ungeimpften. Wie bekommen wir das zumindest bis zum nächsten Winter hin, dass die alle geschützt sind? Das klingt wie etwas, was zu schaffen sein sollte. Dankeschön, Prof. Drosten und ein gutes neues Jahr. Ihnen auch.